Ich glaube, wir können das Dach auch nicht komplett spitz machen, sonst wird die Scheune ja richtig hoch. Das wäre ein bisschen... Bank. Er hatte gerade ein Pferd jetzt hier reingerannt. Ja, ein Pferd, das Mu macht. Das ist schon richtig gehört. Mhm. Ich glaube, ich nehme mich auch. Gut, dass wir das geklärt haben. Na ja, glaube ich nehme mich auch. Jetzt habe ich aber voll viele Treppen gebaut, jetzt müssen wir doch ganz hoch bauen. Da habe ich Treppen über, das geht ja gar nicht. Oh, er hat sich bloß ausgedacht, dass man Treppen falsch rum bauen kann. So ein Scheiß, ey. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es auch gut, aber nicht, wenn ich die anders bauen will. So, ich reite nochmal los und gucke nochmal nach Hundis. Alles klar. See ya, hui. Wo steht denn jetzt noch? Ja. Da, lass mich bei hin. Schwimm, Pferd, schwimm! Seepferdchen! Schmeckst du selber, hoffe ich. Das war doch lustig. Ich weiß nicht, was du hast. Richtig lustig. Ich habe gelacht. Auf dieser Stelle musst du bitte so ein Dings einblenden, Son. Dummts. Nee, so ein Applaus aus diesem Sitcom. Alter, mein ganzes Let's Play da so mache. Das war mir schon aber lustig. Nein. Ja, egal, voll. Not voll der Fail, ne? Ja. Jedes Mal, wenn mal die Folge, ne Episode starten oder so, dann, dann... ...kommt so... ...der Applaus, wenn wir reinkommen. So ein Jubel. Wie ich schon sagte, merkst du hoffentlich selber. Aber das wär ne Scheißarbeit, ey. Was? Ja. Das einzubauen. Einmal pro Aufnahmestart? Ja, wär richtig schwer, das einzubauen. Nee, auch die Lachen, also so das Ganze im Sitcom-Stil zu machen. Genau, ich finde die Lachen immer an den unlustigsten Stellen. Ich weiß gar nicht, ob die hässlich sind, du hast sie nie gesehen. Ich stelle mir die mal vor wie den Typen aus der Bill Cosby Show. Du meinst, Steve Urkel? Kann sein. War das... Bill Cosby, ja, das müsste Bill Cosby sein. Ah! Hundy! Hundy! Loll! Ein Knochen gezähmt. Du bist der Babbo hier, da. Oh, ja, ich bin der Babbo. Ja, weder man isst es, oder man isst es halt nicht, ne? Ja. Halt so. Und wer wusste es? Der Cabo. Der Cabo. 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 Der Carlo, sagst du? Nee, der Cabo. Der Cabo. Cabo. Das ist ein neues Future, übrigens. Halt die Fresse. Könnte ich, ja. Könnte ich. Die Frage ist, was hab ich davon? Du willst eh nie die Fresse halten. Das stimmt so nicht. Mein Sohn. Natürlich stimmt das. Das ist ja Quatsch. Jetzt weißt du ganz genau, dass es so ist. Okay. YOLO. Huch. Ich will bitte aussitzen, danke. Ja, alles klar. Ich bin wieder da. Hallo. Piss dich bloß wieder. Das hab ich mir auch gedacht, als du aus der Mine gekommen bist. Hundi! Lass pennen, ich brauch Holznachschub. Hundi! Wohl. Das ist deine Brunnen gefallen. Ich glaub's net. Idiotenköter. Judenköter. Das ist immer nur das, was du hören willst, ne? Das hast du gesagt. Ich hab Idiotenköter gesagt. Jaja. Jaja heißt, leck mich am Arsch und das mach ich nicht. Jaja. Alter. Nein. Ah ja. Aus. Ui. Hab ich eigentlich die Outer City Aufnahme vorhin gestartet? Ja, hab ich. Alter, ich hätte dich glaub ich gekillt. Ich kann kurz noch mal gucken, wie's mit dem Speicherplatz aussieht. Weh, der Speicherplatz sieht scheiße aus, ich will spielen. Ein bisschen ist noch. Ah, notfalls müssen wir halt kurz unterbrechen, dann geh ich auf die andere Festplatte. Das sind noch... Sind auch noch 300 GB frei. Alles klar. Kommst du jetzt mal? Patrick will übrigens noch nicht hochladen, damit wir Vorlaufzeit haben, ne? Und das erfahrt ihr auch nicht, aber... Aha. Ich baue grad noch das Dach zu Ende. Ach, zu Ende! Ja. Also, links und rechts nur. Ist jetzt fertig. Kannst du voll knicken, Creper. Greffe ich das Wasser? Nö. Feld zerstört. Schade. Alter, ich hätte dich geslayt. Was? Das Feld kaputt gemacht hättest. Ähm. Ich slay dich. Ich slay dich. In deinem Maul. Ist ja eigentlich kein Problem. Bitte? Schon verstanden. Hab ich nicht. Dein Pech. Alter, du hast wirklich das Feld zerstört, Ars. Hab ich ja nicht gesagt. Ach, nein, nein, nein. Ach, nein, nein. Ach, Agro Enderman. Ach, nein, nein. Ach, nein, nein, nein. So, ist dann langsam. Season 1, wir bauen eine Festung. Folge 1 bis ungefähr jetzt schon 20, wir bauen eine Farm. Ja, dann ist es halt Season 1, wir bauen unsere Farm. Ist doch scheißegal. Ich weiß, egal ist es nicht. Was ist hier? Ach, ich lass den Scheiß mal mitbauen stehen, ich hab keinen Bock den abzubauen. LOL! Gott, voll den Schatten-Bug! Oh mein Gott, Standard-Schatten sind ein Hammer-Saster. Ja, sind sie auch. Hast du was gegen Minecraft-Schatten? Oh ja. Es ist schade, dass das Spiel nicht standardmäßig so mit einigen anderen Shaders aufgemotzt wird. Das ist was halt so richtig schönes und so. Dazu müsste Mojang Ahnung von Ressourcen-Nutzung haben. Ja, andere Engine als Java nehmen. Ja, genau, das ganze Spiel jetzt nochmal umschreiben. Ja, in was ordentliches. Das wäre halt richtig Premium. Kann ja das Spiel nochmal richtig gut werden. Komm schon, was müssten die schon umschreiben? Sowas wie Pferde oder sonst wie schon in und in Mod gemacht. Copy, paste und fertig. Betray Archive Black Ops 2. Auch einfach mp3 genommen, copy, paste, fertig. Andere Namen. Das ist ja der Engine geblieben. Ja. Wieso, dann bringen sie das jetzt in irgendwas anderes raus? Die ganzen Leute... ...machen wieder ihre Addons? Bla bla bla. Halt dein Maul. Versuch hier grad irgendwas zu reden. Sonst reden wir nämlich wieder gar nicht. Ich kann auch über Feministinnen reden, die in Afghanistan vergewaltigt werden. Verhaftet werden, weil sie Scheiße bauen und sich darüber noch beschweren. Oh. Oder über die NSA, hallo NSA. Okay, warte, die gucken sich bestimmt keine öffentlichen Videos an. Kann ja jeder. Die machen ja nur, was man nicht kann. Ist einfach so. Aha. So dass die Bäume werden... Sind nicht mehr so behindert abzubauen. Haben... Haben die richtig gut gemacht. Nicht mal das haben die gekriegt. Immer erst mal haten. Du kennst das doch. Einfach haten. Ja, våra Videos sind voll kacke. Alles klar. Mach das mal ein oder einen Grongvideo, ey. Dann kriegst du einen Shitstorm ab. Mach mal eklig. Spass, ey. Habe ich mit der Gamerin Saras Video gemacht? Mach mich so aggressiv, ne? Darf ich über andere haten? Hast du auch nicht das Ding abgekriegt? Oh man. Glaub nicht. Die hat halt noch nicht so viele Verteidiger. Äh, nur... immer so viele wie wir. Pst. Was jetzt nicht unbedingt ne Kunst ist, aber... Dafür, dass die erst... Dafür, dass die erst ihren Account irgendwie 2-3 Wochen hat und wir... Äh, ne hat sie nicht. Die hatte ja vorher ein... Vlog-Account. Ja, wo sie 200 Abonnenten hat. Ja. Jetzt hat sie 1000 irgendwas. Mülleimer. Das... Kann man sich echt nicht... Das kann man sich echt nicht anbieten. Oh, das sieht gut aus. Ja. Mhm. Ich habe überlegt, die Ecken auch so zu machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel, oder? Welche Ecken? Also hier die... Die... Die Gäbel... Dänger... Penisse. Die was? Aber wie gesagt, ich glaube... Ja, hier hoch. Bis zu den Treppen. Ne. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Ne, ne. So der Streifen ist echt gut. Also... Soll ich die auch mit normalem Holz zumachen? Und ein paar Fenster rein, oder so, ne? So eine kleine Dachlupe. Fag ich dich überhaupt nicht. Mach wie ich will. Aber wenn's mir nicht gefällt, faggle ich's einfach ab. Was? Das ist einfach so. Entbann ich dich. Dann machst du den Server aus und dann warst du's mit dem Let's Play. Warte. Ich tu dann einfach wieder... mich entbannen. Dann bann ich dich halt wieder. Ne, kannst du gar nicht, du hast keine OP. Mir auch gerade aufgefallen. Siehste? Problem gelöst. Dann lief ich aber. Machst du eh nicht. Wenn du meine Scheune abfackelst? Alter. Dann hol ich TNT aus dem Tempel und dann spring hier alles in die Luft. Du hast TNT dort gelassen? Was ist mit dir los? Was soll ich damit? Ich dachte, das ist bevor ich in Versuchung komme. Führ uns nicht in Versuchung. Wollen wir schnell die Tiere wieder horny werden, ey. Alter, ich hab schon wieder ein bisschen deinen Felser trample. Ich hoffe, das mach nicht. Alter! Einmal mit...